Die Geschichte vom Weihnachtsmarkt Am Tage vor Weihnachten war das Wetter hell und klar und der Schnee war festgefroren. Da sagte die Tante zu den Kindern, Heute führe ich euch auf den Weihnachtsmarkt. Lasst euch nur schnell die Mäntelchen anziehen und die Hütchen aufsetzen. Das brauchte sie nicht zweimal zu sagen. In einem Augenblick waren die Kinder fertig und nun ging es hinaus in den frischen, klaren Morgen. Man dachte aber gar nicht an die Kälte, denn in den Straßen war ein so geschäftiges Hin- und Herrennen, ein so hastiges Treiben, als ob der schönste Frühlingstag angebrochen wäre. Und fast ein Frühlingsanblick war es auch, als die Tante nun mit den Kindern in die Straße einbog, welche zum Markte führte. Sie hielt Georg und Mathildchen an beiden Händen und so gingen sie durch zwei lange Dichtereien von Fichten und Tannenbäumen aller Art, groß und klein, hell und dunkelgrün, die sich prächtig ausnahmen aus dem weißen, funkelnden Schnee. Um die Bäume herum war ein Drängen und Schieben der Menschen, sodass man kaum vorbei konnte. Und überall begegnete man Leuten, die ihre Bäume nach Hause trugen. Aber Tante, sagte Mathildchen, ich dachte, das Christkindchen bringt alles und nun holen sich dadurch die Menschen ihre Christbäume selbst nach Hause. Das ist wahr, sagte die Tante. Aber du vergisst es, dass sie das Christkind alle hierher geschickt und unsichtbar geht es jetzt mit dem Nikolaus umher und sieht und hört alles, was ihr vorgeht. Es gibt jetzt so sehr viele Menschen auf der Welt, dass die beiden mit dem besten Willen nicht mehr alle Geschäfte allein fertig bringen können. Und da müssen sie auch schon vor den großen Leuten ein wenig sich helfen lassen. Verstehst du das? Ja, Tante, ganz gut, antwortete Mathildchen. Und befriedigt gingen sie weiter nach dem Markte, wo eine Bude neben der anderen stand, angefüllt mit begehrenswerten Herrlichkeiten. Auch da ging es munter zu. Und namentlich vor den Puppenladen standen ganzen Reihen von Kindern, die zusahen, wie die Puppen sich an langen Fäden hin- und herschaukelten. Georg und Mathildchen sperrten Mund und Nase auf. Die Tante aber ging bald da, bald dort an eine Bude, sprach leise einige Worte und ließ sein Geheimnis voll etwas in ihre große Markttasche gleiten. Tante, kauf mir auch etwas, bat Mathildchen. Die Puppe mit dem rosa Kleid möchte ich gern haben, die gefällt mir. Mir auch kaufen, eine Peitsche, rief Georg. Ihr seid klug, sagte die Tante. Ihr wollt also schon heute und morgen noch einmal beschert werden? Ja, Tante, recht gern, rief das kleine, mutwillige Volk und was wollte die gute Tante machen? Sie kaufte die Puppe und die Peitsche und als sie erstere gerade dem Mathildchen hinreichen und in die ausgestreckte Hand geben wollte, hörte sie hinter sich sagen, ach, wenn doch die Puppe mein wäre. Sie sahen sich alle um. Da stand ein Häufchen Kinder beieinander, vier oder fünf, die waren ganz blau und rot gefroren, denn sie hatten nur schlechte dünne Kleider an und der Wind zerzauste ihre gelben, unbedeckten Haare. Das Kind, welches gesprochen, war ein wenig kleiner als Mathildchen und streckte immer noch die Hand nach der Puppe aus, obgleich sie größeren es am Rock zupften und ihm wehrten. Ach, es hätte doch gar zu gern auch einmal in seinem Leben eine schöne neue Puppe gehabt. Aber es waren arme Kinder, für die niemand den Christbaum schmückte und die sich mit den bloßen Ansehen und Wünschen begnügen musste. Möchtest du die Puppe haben? sagte die Tante freundlich zu dem kleinen Mädchen und Mathildchen zog sie am Kleid und flüsterte, liebste Tante, kauf dem Kinde doch auch eine. Die Tante aber schüttete den Kopf. Da das kleine Mädchen nicht antwortete, sondern verschämt wechsah, fragte sie den größten Knaben, ob sie Geschwister seien, wie sie hießen und wo sie wohnten. Er gab auf alles ordentlich Antwort. Die Tante schrieb es in den Notizbuch, dann nickte sie den Kindern freundlich zu und ging weiter. Aber Tante! sagte Mathildchen ganz erstaunt. Komm nur schnell, lautete die Antwort. Es ist viel zu kalt, um lange stillzustehen und wir haben noch eine Menge Geschäfte. Nicht wahr, Mathildchen? Die Puppe mit dem rosa Kleid gibst du gern dem kleinen Mädchen. Und Georg überlässt seine Peitsche dem dicken Jungen mit der Schmutznase, der gerade so groß ist wie er. Ja, Tante, sehr gern, riefen die Kinder. Aber sie sind ja nicht mehr da, wir haben sie im Gedränge verloren. Nur Geduld, sie werden sich schon wieder finden. Da hat uns das unsichtbare Christkind einen Teil seiner Arbeit übertragen. Und wir müssen uns eilen, dass wir unsere Sache gut machen. Ihr werdet schon sehen, wie das ist. Nun kaufte die Tante noch allerlei hübsche Spielsachen ein. Auch einige warme Kleidungsstücke. Dann verschiedenes Gebackene, Glaskugeln, Wachskerzen. Und zuletzt ein kleines Bäumchen, das Mathildchen zu ihrer höchsten Freude eigenhändig nach Hause tragen durfte. Das kleine Volk verging fast vor Neugierde. Was es mit all den Dingen geben sollte, die Tante sagte aber nur, wartet bis heute Abend. Der Abend kam und mit ihm die trauliche Erzählerstunde. Die Kinder saßen eng an die Tante gedrückt und Georg seufzte so recht aus Herzensgrund. Ach, jetzt brauchen wir nur noch einmal zu schlafen. Und dann ist das liebe Christkindchen da, fuhr Mathildchen fort und klatschte dabei jubelnd in die Hände. Aber Tante, was erzählst du uns denn heute? Heute erzähle ich euch eine Geschichte vom Weihnachtsmarkt. Die ist noch viel schöner, als sie unsere gewerten wird. Hört mir recht aufmerksam zu. Vor vielen, vielen Jahren, als ihr noch lange nicht auf der Welt warret, ist der Weihnachtsmarkt schon ebenso schön gewesen wie heute. Und alle Kinder der Stadt, die Armen wie die Reichen, gingen hin, sich die Herrlichkeiten zu betrachten. Das Christkind hatte schon damals die Gewohnheit, sich unbemerkt unter die Menge zu mischen. Über sein weißes Kleid hatte es einen langen, dunklen Mantel gezogen und sein Blondköpfchen hielt es unter einer Kapuze versteckt. Niemand konnte es erkennen. Und so hörte es, was die Leute miteinander redeten und was sie sich wünschten. Vornehmlich aber merkte es auf die Kinder, ob sie sich bescheiden oder habgierig und unartig auf dem Weihnachtsmarkt benahmen. Gegen Abend kam es an eine Bude, in welcher die schönsten Kinderspielsachen des ganzen Marktes zu findes waren. Und sie war ganz umdrängt von Kindern, die Vollsehensucht und Bewunderung, die wundervollen Puppen, die Kochherde, die zierlichen Porzellangeschirre, die Puppenmöbel, sowie die bunt aufgezäumten Pferdchen, die Flinten, Trommeln und Trompeten betrachtete. Eines machte das andere auf immer neue Wunder aufmerksam und Chris' Kind freute sich an ihrer Freude und lachte fröhlich mit ihnen. Auf einmal sah es ganz am Ende der Bude ein kleines Mädchen von etwa zehn Jahren stehen, das einen schweren, zappelnden Buben auf dem Arm hielt, der fortwährend in die Höhe reichte, sodass die kleine große Mühe hatte, ihn festzuhalten. Sie musste sehr arm sein, denn sie hatte ein ganz dünnes Röckchen an und ihre Arme waren halb entblößt, aber das Haar war ordentlich gekämmt und in zwei feste Zöpfe geflochten, unter denen ein paar dunkelblaue Augen gar gutmütig und freundlich hervorschauten. Sie lächelte bald dem Brüderchen zu, bald betrachtete sie die schönen Dinge mit einer Freude, dass man sich selber darüber freuen musste. Chris' Kindchen ging zu dem Mädchen, legte ihm leise die Hand auf die Schulter und sagte mit seiner süßen Stimme, Liebes Kind, die Sachen da gefallen dir wohl sehr gut, wähle dir etwas davon aus, was du am liebsten haben möchtest. Ich will es dir zum Weihnachtsgeschenke geben. Das Kind war dunkelrot vor Freude, seine Augen leuchteten und sein Blick durchlief die bunte Reihe, die vor ihm prangte. Da reichte das Brüderchen wieder jauchzend mit den Händchen empor. Das Mädchen drückte das Kind an sich, folgte seinem verlangenen Blick und sagte dann schüchtern, indem es die Augen niederschlug, Wenn Sie mir wirklich eine Freude machen wollen, so geben Sie meinem Brüderchen die goldglänzende Trompete, die da oben hängt. Es möchte sie gar zu gern haben. Dem guten Christkind kamen die Tränen in die Augen, als es das hörte. Das war ein Kind nach seinem Sinn. Es gönnte dem Brüderchen lieber eine Freude als sich selbst. Schnell nahm Christkind die Trompete herunter, reichte sie dem Brüderchen hin, das hell auflachte und ging weiter. Da hätte doch das Christkind dem guten Mädchen auch etwas geben können, rief Mathildchen eifrig. Sei nur ruhig und höre weiter zu. Christkind machte es noch viel besser. Da es alle Menschen kennt, so wusste es, dass das brave Schwesterchen, welches seinen Bruder so lieb hatte, Mariechen hieß. Dass seine Eltern sehr arm waren und dass sie ganz am Ende der Stadt in einem alten kleinen Häuschen wohnten. Am nächsten Abend war Weihnacht. Schon flammten überall die Christbäume, es jauchzen und lärmten die Kinder. In dem kleinen Häuschen aber war es dunkel und still. Wir sind zu arm, wir können das Christkind nicht bestellen, sagte die Mutter zu ihren fünf Kindern, als sie beieinander saßen und eines derselben fragte, ob denn das Christkind nicht auch zu ihnen käme. Dabei weinte sie und die Kinder taten es auch. Nur der kleine Bruder war vergnügt, der schmetterte laut mit seiner Trompete und das gute Mariechen, welches das älteste der Geschwister war, weinte auch nicht und sagte, Ach, wir sind doch vergnügt, wir haben einander ja so lieb. Auf einmal aber ward es lebendig vor dem kleinen Hause. Es klingelte so sonderbar und leise durch die dunkle Nacht und da kam ja wahr heftig ein Eselein einhergetrabt. Neben dem ging ein dunkler Mann mit einem langen weißen Bart. Und auf dem Esel saß ein wunderschöner Engel mit weißen glänzenden Flügeln und einem lichtblauen Gewander. Das war wie der Winterhimmel mit flimmernden Sternen ganz übersät. Das konnte ja wohl niemand anderes sein als unser liebes Christkind mit seinem getreuen Knecht Nikolaus. Der band das Eselchen an die Türe fest, Christkind stieg ab, machte leise die Türe auf und Nikolaus trug die schweren Tragkörbe, die er dem Esel abgenommen, in das Haus hinein. In der Küche stellten sie alles nieder. Dann schelte Christkind laut und lange, dass sie drin in der Stube alle in die Höhe fuhren und nach der Türe liefen, um zu sehen, was das bedeutete. Dass es so kommen würde, hatte sich der Nikolaus schon gedacht. Er stand da rum vor der Stubentüre und rief, als sie aufging mit seiner Bärenstimme hinein, »Es soll niemand herauskommen als das Mariechen!« Da flohen alle vor Furcht wieder zurück und nur Mariechen kam unerschrocken heraus und sagte, »Da bin ich, was soll ich tun?« »Komm in die Küche!« brummte der Nikolaus jetzt etwas sanfter. Und als sie hineinkam, da war diese Gänze erfüllt von dem wunderbarsten Glänze und Mariechen sah das Christkind leibhaftig vor sich stehen. Nun erschrak es so sehr, dass es fast umgefallen wäre. Christkind aber fasste es in die Arme, küsste es auf die Stirne und sagte, »Kennst du mich noch?« Und als Mariechen erstaunt mit dem Kopf es schüttelte, fuhr es fort, »Aber ich kenne dich, so wie ich alle guten und braven Kinder kenne. Ich war die Frau, die dir gestern auf dem Weihnachtsmarkt die Trompete für den Bruder gab, weil du ihm lieber eine Freude gönntest als sie selbst. Und darum komme ich, um heute auch dir ein Vergnügen zu bereiten. Weil du so gerne gibst, sollst du jetzt deinen lieben Geschwistern und deiner Mutter an meiner Stelle bescheren. Ist dir das recht?« Das gute Mariechen schluchzte laut vor Freude. »Oh, Christkind!« rief es. »So viel verdiene ich ja gar nicht!« »Weine jetzt nicht, Mariechen, sondern eile dich. Wir müssen wieder fort!«, sagte das Christkind. »Geh hinein in die Stube und schick sie alle in die Kammer, damit wir anfangen können.« Mariechen wusste nicht, ob es träumte oder wache, aber es lief hinein in die Stube und rief zwischen Weinen und Lachen. »Macht euch schnell alle hinein in die Kammer und guckt gar nicht durchs Schlüsselloch! Es kommt etwas sehr Schönes!« Die Mutter wollte fragen, aber Mariechen bat sie so herzlich, mit den Geschwistern hineinzugehen, dass sie sich fügte. Dann schloss Mariechen schnell die Türe hinter ihnen zu, lief in die Küche, dann wieder herein und holte auf Christkinds Geheiß ein weißes Tuch aus dem Schrank, das es über den alten schwarzen Tisch breitete. Nun fing der Nikolaus an, auszupacken und seine sieben Sachen in die Stube zu schleppen. Mitten auf den Tisch stellte er einen Christbaum, der war über die Maße schön geschmückt und mit Lichtern ganz übersät. Der Baum stand in einem Moosgärtchen, darin weideten weiße flockige Schafe mit goldenen Halsbändern und langen roten Beinen, und ein Schäfer saß auf einem Felsen und blies auf seiner Schallmei. Man hörte es aber nicht. Dann wurden um den Baum herum große Herzlebkuchen gelegt, für die Mutter und jedes der Kinder einer. Auf jedem schichtete Christkind ein Häufchen Äpfel, Nüsse und Anisgebackenes auf und legte die Pakete daneben, die Nikolaus ihm reichte. Da war für die Mutter ein warmes Tuch, für Gretchen ein Kleidchen und eine schöne Puppe, für Hans eine Mütze und ein Lesebuch, für Jakob ein Kittel und eine Flinte und für den kleinen Trompeter, der spaßigerweise auch gerade Peterchen hieß, waren Schuhe und Strümpfe und ein paar wundernette Pferdchen mit roten Zäumen. Mariechen half auspacken und auflegen und war ganz außer sich vor Freude. Als sie fertig waren, sagte Christkind, für dich, Mariechen, habe ich nichts. Was meinst du dazu? Oh, liebes Christkind, rief Mariechen und hob die gefalteten Hände in die Höhe. Ich bin doch die Glücklichste von allen. Du gibst mir das Schönste und das Beste, indem ich den anderen bescheren und ihre Freude sehen darf. Recht so, meine Kleine, antwortete Christkind und küsste Mariechen wieder auf die Stirne. Bleibe so gut und liebevoll und es wird dir woher gehen auf der Erde und alle Menschen werden dich lieben. Wir müssen fort, mahnte Nikolaus. Wir sind noch lange nicht fertig. Ich komm schon, alter Brummbär, sagte Christkind, breitete seine Flüge auseinander, lächelte Mariechen noch einmal freundlich zu und fort waren sie. Nur ganz aus der Ferne hörte man noch Eselchens Glückleine klingen. In dem engen Häuschen aber erhob sich jetzt ein Jubeln und Jauchzen, wie es in keinem der reichen, stattlicheren Häuser froher und herzlicher sein konnte. Auf Mariechens Ruf waren alle aus der dunklen Kammer herausgestürzt, standen erst einen Augenblick wie versteinert und dann brach die helle Freude los. Ach, was für ein schönes Kleid! Wie, eine Flinte für mich? Ich schieße euch alle tot! Piff, Paff, Puff! Ein Buch, ein Buch! Daraus lese ich euch vor! Zieh, Gaul, zieh! So ging es wohl eine Viertelstunde lang ohne aufhören. Man wurde fast taub von den Lärmen. Aber Mariechen, du hast ja gar nichts, riefen auf einmal die Geschwister, nachdem sie sich an ihren Geschenken und dem strahlenden Christbaum sattgesehen. Die Mutter, die bis dahin nur bald gelacht, bald geweint hatte, nahm ihr Mariechen in den Arm, küsste und drückte es fest an sich und sagte zu den anderen, Seht ihr nicht, dass sie das Beste bekommen hat? Weil sie so gerne gibt, durfte sie uns geben und das ist immer noch zehnmal seliger als nehmen. Wie nun die Tante schwieg, denn die Geschichte war zu Ende, blieben die Kinder noch ein Weilchen stillsitzen. Dann sagte Mathildchen, Tante, ich möchte die rosa Puppe, welche du mir heute gekauft hast, gerne dem kleinen Mädchen bescheren, das wir heute auf dem Markt gesehen, wenn wir nur wüssten, wie sie heißt und wo es wohnt. Und ich will die Peitsche bescheren, rief Georg. Wollt ihr gerne? sagte die Tante. Nun, das ist schön, da haben wir alle drei den nämlichen Gedanken und ich weiß auch, wie die Kinder heißen und wo sie wohnen. Heute Abend erlaubt euch die Mama ein Stündchen länger aufzubleiben, da sollt ihr mir eine ganze Weihnachtsbescherung für sie rüsten helfen. Georg und Mathildchen klatschten vor Freude in die Hände und liefen geschäftig hin und her, der Tante zu helfen. Erst wurde das Tannenbäumchen hereingebracht, welches sie auf dem Markt gekauft hatten, wurde in ein Moosgärtchen gesteckt, in dem gleichfalls rotbeinige Schafe weideten und hiernach wurde feierlichst die große Tasche herbeigeschleppt, die so viele Schätze verschlungen hatte und die sie nun alle wieder herausgeben musste. Die Kinder bekamen Nadeln und Faden, damit fädelten sie alle Glasperlen ein, dann wickelten sie fein Draht um die goldenen und silbernen Nüsse und knüpften lange Seitenfäden an die Konfektstücke. Die Tante hing alles auf, befestigt die Kerzchen an den Baume und bald stand er fertig geschmückt vor ihnen. Dann wurden die Spielsachen und Kleidungsstücke, welche die Tante besorgt hatte, herbeigeholt. Für jedes Kind wurde ein Päckchen gemacht und sein Name draufgeschrieben. Dass die rosa Puppe und die Peitsche mit dabei waren, versteht sich von selbst. Sie waren kaum fertig, als es anklopfte und eine Frau hereintrat, die gar ärmlich, aber reinlich gekleidet war. Die Tante begrüßte sie freundlich und sagte zu ihr, Liebe Frau, da haben wir, mein Mathildchen, mein Georg und ich, eine kleine Christbescherung für Ihre Kinder hergerichtet. Nehmen Sie alles mit sich, verstecken Sie es daheim und morgen Abend, wenn es fünf Uhr schlägt, zünden Sie den Kinderchen den Christbaum an, da brennt er gerade zur selben Zeit mit dem Unsrigen. Die Frau war überglücklich. Sie drückte der Tante die Hand, küsste Georg und Mathildchen und packte dann mit deren Hilfe alles wohl zusammen. Nun waren aber die Kinder sehr müde, so wie die Tante auch. Sie setzte sich mit ihnen noch einen Augenblick auf das Sofa und nahm jedes in einen Arm. Da sagte Mathildchen, indem es sein Köpfchen an die Schulter der Tante legte, Tantchen, ich bin so vergnügt, ich denke gar nicht mehr daran, dass morgen schon Weihnachten ist, ich meine, ich habe es mir schon beschert. Ich bin auch vergnügt, mein Goldkind, antwortete die Tante, denn das gibt eine Bescherung nach meinem Sinn. Aus den großen allgemeinen Bescherungen, wo die armen Kinder in fremden Häusern und unter den Augen von fremden Leuten in einen Saal mit einigen Christbäumen getrieben werden, wo sie sich kaum umsehen, noch weniger sich laut zu freuen wagen und dann, wenn sie heimkommen, ihr dunkle Stübchen noch dunkler finden, mache ich mir im Grunde nicht viel. Wenn ich ein König wäre, müsste es am Weihnachtsabend in jedem Häuschen, wo Kinder sind, ein Christbaum brennen und wäre er auch nicht größer als meine Hand. Die Tante sagte das eigentlich nur für sich, denn die Kinder hätten es doch nicht verstanden und waren auch schon halb eingeschlafen. Als es aber wieder Abend ward, da brauchte die Tante nichts mehr zu erzählen, denn da war der heilige Christ selber gekommen und hatte alle Wünsche, Träume und Hoffnungen in glückselige Wirklichkeit verwandelt. Georg und Mathildchen waren außer sich vor Freude. Sie wussten kaum, was sie zuerst und am meisten bewundern sollten. Mathildchen stand vor einer herrlichen Puppenküche und war bereits in voller Tätigkeit, einen Kuchen zusammenzurühren. Da rief sie plötzlich aus ihrem Jubel heraus. Ach, Tante, eben denke ich dran. Jetzt ist es auch hell bei den armen Kindern und beschert es bei ihnen. Das ist doch das Allerschönste. Ja, das Allerschönste, wiederholte der Georg von seinem neuen Schaukelpferde aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Allerschönste, Vielen Dank.